Hey Leute und herzlich willkommen zu ner Runde QSG mit dem Blaycraft wir finden uns vielleicht gleich wo bist du? ja keine Ahnung Armbrunnen da nein auf mich gingen grad zwei Leute oh ich hab Lust abbekommen ok hab einen mit dir Chest getötet nice wo bist du denn? ich bin grad in den Häuser rein hinten ah ich seh ich seh dich ich komm zu dir nix du dich kann ich auch nice premium plus ne ja nice bekommen wir eigentlich schon voll früh wenn man überlegt dass man heutzutage auf YouTube übelst schnell ein paar tausend Abonnenten bekommt momentan ja momentan ist ja ein schwerer war keine Brust momentan ist ja so bei YouTube die Zeit ungefähr früherst war es so ein paar tausend waren ja noch viel und jetzt sind ein paar tausend Abonnenten irgendwie gar nichts mehr einfach jeder tausend Abonnenten ja stimmt hier Steinschwert hinter uns hast du hinter dir okay danke ja mal schauen ob wir einen bekommen mit zwei Brustpanzern oder so ja wär nice Alter das ist aber schwer ne aber das sind mehrere ohne das sind welche das haben wir auch Jola drauf Abstauben hab einen abgestaubt Abonnenten 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 Nice Dann hab ich den Rack Oh Ich bin Law Hast du was zu essen? Ja Hier nimm Ich hab dahin geworfen Danke So hoffentlich bekomme ich den Nice Down Nice Nimm die Angel Aber da kommt einer vielleicht können wir den killen LOL Nice LOL Eisenschwert Fuck Fuck Jo der ist gut glaub ich Wie viele Herzen hast du? Viele Ha Voll Ich bin fast fuller Nice Ja nice alter Junge Hey da waren fünf Spiele angezeigt Ja wahrscheinlich wegen meinem Nick und du in der Party bist Die sind aber nicht gut Glaube ich zumindest Nee das sind die nicht so Der hat seine Maid gekillt Echt hat er Fail Oh den dir Frühstück Oh ja fast rüber Oh krass Oh er ist ein Kill Okay nice Obwohl es noch wahrscheinlich sehr kurz dort Oh schlöse Oh nein Oh Dead Rod Combo Oh Nice gg Oh es war krass von mir irgendwie mit den Angel Combo Ja die waren nicht schlecht Die waren echt nicht schlecht Ich bin aber runtergefallen Okay Ja LOL hinter mir LOL der hat mir richtig viel Schaden gedrückt Weil ich so scheiß Rüstung habe Nee passt schon ich hab Gold Apfel Ey wie komm ich jetzt runter? Nicht sterben LOL hast du mir gegeben oder? Habs Hab ihn down aber das Eisenschwert nicht Ah LOL I've been down Obwohl ich dich geschlagen hab ey Was ist denn los von mir? Komm noch einer renn 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 Ich hab aber Reck Hier ein Eisenschwert Dankeschön Komm Oder waren wir draußen? Du brauchst eine Eisenbrust hier Ja ich geh drauf mit Angel Ich bin relativ voll Ob ich jetzt so schlecht bin ey Oh da kommt noch einer Pass auf Renn weg Ich hab TT gebetet Ich hab's gesehen LOL hat der dich down? Der hat mich down bekommen LOL hab ich ihn down? Nein Nein Fuck Junge Wer ist das? Horrox Horrox ja Alter wir alle einfach einen Clan haben Außer wir genickten Leute Alles klar Lol natürlich das Schwert nehme ich nicht raus Kein Wunsch mit Eisenschwert getötet Nice Jetzt hab ich ein Eisenschwert aber keine Brust Ah Hab einen Ja die hat chest Oh mein Gott Ok der leckt ein bisschen Nein Scheiße Oh nein Aber egal ich mach's alleine Mach's 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 die platt Ja Ein Team erstmal nice Ja werd ich nicht schaffen TNT Spam Hab den bekommen Ja aber ich Ich sag gleich 101 Ja jetzt kann ich zuschauen Oh 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 Lol Der Abstauber Egal Ja komm ich kämpfe mit Holzschwert als Fairness Damit's nicht ganz so unfair ist wegen der Rüstung Ich bin halt ein fairer Dude und gewinne trotzdem Richtig sozial Gewinne trotzdem mit Tenhard wahrscheinlich Ja Ja Haha GG Nice Leute Dann lasst mal einen Daumen nach oben da und schaut beim Play vorbei der macht keine Videos mehr Aber bald vielleicht Ja und Ciao Ciao Ja Bis zum nächsten Mal.